Kapieren Sie endlich, nur Puffin schenkt mir die Kraft und Aussage, die ich brauche. Charlie O'Brien wird in seinem Boot nicht ganz allein sein, meine Damen und Herren. Ein entzückender Papagei wird ihm Gesellschaft leisten. Ist Pakito auch so begeistert von Puffin, ja? Warum fragen Sie nicht selbst? Nun erzähl doch mal unseren Zuschauern hier, wie schmeckt ihr Puffin? Puffin schenkt mir die Kacke, die ich brauche. Da hören Sie es. Hat die Puffin-Marmelade wirklich so scheußlich geschmeckt? Es kommt ganz auf das Alter an. Marmelade ist gut, aber man muss sie essen, wenn man kein Diabetes hat. Marmelade ist gut, aber man muss sie essen, wenn man kein Diabetes hat. Wer ist denn der beste Kartenspieler?